nach hier cool das ist jetzt ruhig und du nervst Autsch ich einfach an diesen Gegner verrecke, weil ich den nicht vernünftig treffen kann von da oben also irgendwie sind wir inzwischen ein bisschen stärker, ich kann sie nicht mehr one-hatsen und jetzt schauen wir da oben und kein Jungriss der Wald reingucken oh puh scheißegal, raus hier und dann schauen wir doch mal da links rein das finde ich irgendwie ein bisschen nach genau hat funktioniert Autsch da bin ich jetzt elegant reingerutscht dort komme ich mal wieder nur rein, wenn ich klein bin und hier haben wir den Leben und meine und hier geht es zu den Land of Darkness das war knapp das war zwar vermutlich der schwächste Gegner im ganzen Land of Darkness, aber trotzdem ich will es nicht mit ihm anlegen macht da nichts ich habe mich gerade gefragt was überhaupt noch lang gehen soll so hier habe ich ein bisschen ah dann bekomme ich das dort äh leben weiter hoch so so warum können die überhaupt nicht durchzaubern das ist unlogisch so bingo und wieder leben und wieder leben ah cool so hi there can you test it externally you only get one shot but it's free of charge if you succeed i'll give you a nice reward probiere es mal achso wieder dieses Dolche auf Scheiben mal probieren oh scheiße damit dann habe ich gar nicht gedacht gerade schade zu früh zu spät scheiße damit habe ich den superpreis schon verbraucht bingo geht doch und jetzt okay der nächste der übernächste alles was gewesen ja 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 mach dich lieber mit lustig runter 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 hoch 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 du wirst du wirst doch nicht und was haben wir hier links kugeln das habe ich ein bisschen zu spät festgestellt oh cool da kann man sich heilen ich habe mich gerade ein bisschen gefragt was das sein soll oh hi die machen mir Angst raus hier raus hier raus in den Eis gehen wir rein oh Lady Leicester 2 Cosmos Lane bei Egg Leicester ein Mini Miner einen normalen Miner und ein Mini Shinobi so wollen nochmal sehen 2100 noch was dafür lässt sich doch ordentlich was holen zum Beispiel zum Beispiel dass wir uns darüber aufregen dass wir noch keinen Loot für Helm und Schuhe gefunden haben und dass wir doch stattdessen vielleicht mal hier überlegen können Sprintruhne für den Helm uns einfach mal eine neue Runde anzuschaffen aber ich habe keine Runde die ich haben will außer vielleicht diesen Manawampi aber mach ich level hier jetzt einfach mal ein bisschen gucken wir doch mal da links naja es öffnen uns zumindest den Weg zu neuen Sachen deswegen kaufe ich mir das mal jetzt haben wir hier die Shinobis zu Hokagen die sind sehr stark glaube ich ansonsten haben glaube ich keine zu sichere Funktion außer dass die sich teleportieren können und den Licht freischalten der ist auch recht gut Attack ab Leben ab Mana ab Magic Damage ab oder ich ach gib mir den Hokage da hui go from a Macy Shinobi to the all powerful Hokage master the art looking like your head but secretly turning into a lock at the last minute good thing you carry a lot of locks on you hier können wir noch unsere Rüstung und aha ok na dann wollen wir mal gehen wir können jetzt das hier teleportieren und das ist ja noch Wanderfrei hab ich das richtig gesehen das muss ich dran noch mal probieren äh Building na wär auch ein bisschen sehr überpowered gewesen wär das Wanderfrei gewesen ja und ich glaub durch ne Wand flitschen kann man sich damit auch nicht schaden aber wir sind Mini Hokage da dort oben ey geht doch wir können jetzt endlich mal diese ganzen Mini Tore die wir letztes Mal immer zurücklassen mussten mitnehmen befeat all enemies hallo 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 und tschüss ich hab das geschafft aber sie hat zumindest den schweren Gegner getötet und jetzt spring ich in den Schuss nein oh Sir Kenny oh nein sie haben Kenny getötet ihr Schweine äh Sir Gens als eine Assassine Lady Charlotte als Hokage und Sir Dude als Hokage schauen wir uns rein den Assassinen den haben wir noch nicht gespielt äh Missy hells up wir können uns absolut nichts holen der Assassine kann das hier damit ist er gegenüber Feinden unverwundbar leider kostet das Mann aber man kann ja mal überlegen ob es sich irgendwann mal lohnen würde achja und der Assassine ist die Klasse die von Natur aus quitter will also hier quits macht aber naja halt auch leider nur zu will ich kann ja mal kurz mir die Klasseninformation aufrufen 15% Quit-Chance und 525% Quit-Damage damit hat es glaube ich schon mal die größere Quit-Chance als alles andere hallo ouch warum drehe ich dir aus den Rücken zu während ich dich schlage das ist ein bisschen blöd so äh hallo bingo beide mit nem Crit ouch das blöde ist halt man kann sich nicht aussuchen wann diese Crits kommen und die kommen dann meistens oder die kommen dann halt nur selten dann wenn man sie braucht also zum Beispiel wenn man so ein Viech was zwei Stücke braucht und zum ersten Mal schlägt kommt es häufig leider nicht ouch nein es ist glaube ich ein wenig zu spät um noch effektiv zu spielen aber eine Runde mache ich jetzt noch Barbarenkönig Assassine Erzwagier ach komm wir spielen mal wieder als Erzwagier da können wir uns nichts mehr holen jetzt würde ich gerne die meine Runde haben ach was soll es kommt hier so Building das ist das ist der nächste Mal coole Zauber meine Sense das Blockierschwert und zur Not noch den also wenn es wirklich viele Gegner sind hier diese super starke overpowered sind der scheiße bei der ich mich selbst verletze weil ich zu voll wäre dann mit anzufalten aber hier kann ich es gut machen Aha So Denkst bekomme ich so lange zu wieder am Leben. Autsch. Ich habe sicher einen Raum geschafft. Und jetzt sind meine Leben der. Und die finde ich mit Dolche. Ich hole die in der Stadt im Schwert. So. Scheiße. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht erahnen können. Ich habe jetzt nicht statt den Schwert der Dolche. Ich habe jetzt die Sachen alle so, wie wenn ich die Dolche als erstes wähle. Das bedeutet Schakram, Dolche und Zeitstopp. Wir werden die Schakram wohl davon am häufigsten nutzen. Hedgehogs Curse. Ja, da kann auch ein bisschen was Böses rauskommen. Und jetzt nimmt mich, yay, Sonic. Ihr wisst, was passiert, wenn Sonic Schaden bekommt. Er verliert einen Haufen Ringe. Was wird wohl passieren, wenn wir jetzt Schaden bekommen. Ihr werdet es gleich noch ausfüllen. Seht ihr? Und jetzt ist das Geld sogar komplett weg, weil ich aus dem Raum raus bin. Und jetzt bin ich auch komplett weg, deswegen egal. Das ist ja ein bisschen der dritte. So. So. Darwin, Sonja oder Frischelia. Äh, noch ein... Äh, 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 äh. Ich weiß, sie heißt irgendwie anders, aber es ist so ein Manna-Vapier. Seien wir ehrlich. Dafür spare ich jetzt. Und wenn ich die hab, bin ich happy. So. Autsch. Wenigstens haben wir jetzt hier wieder die Standardklasse, die in allem gut und schlecht zugleich ist. Ich wollte noch blocken. Hab ich aber nicht mal rechtfertig hinbekommen. Na, es wird das für so lange im Kauch zum Blocken. Ich bin jetzt nochmal hoch und zacka, zacka. So. Hallo. Und tschüss. So. Gut, dass ich schon so viel auf Schaden gegangen bin. Und du kommst auch noch. Und du. Und du wirst ein Ding was. Nein? Hast du dich gerade bewegt? Hätte ich schlagen können. Gehen wir runter. Cool. Ruhe. Ah, cool. Auf den Gegner. In die ich reinspringe. Ich hab das Blocken effektiv können. Jetzt krieg ich dafür jetzt einen Preis. Alter, wie weit ich den wegschleube. Hallo. Hallo. Ich muss ein bisschen an den Gegnern fallein. Und jetzt kann ich die bequem von hier erledigen. So. Äh, dann schauen wir doch mal nach da oben. Nein, nach da unten. Weil wir jetzt zusammen hier ausschalten wollen. Da lang. Oh, schon wieder. Aha. Aha. So. Jetzt bekommen wir Äxte. Wir müssen es schaffen, diese ganzen Ziele zu erledigen. No, haben wir nicht geschafft. 17 stehen noch. Wir hätten dafür sorgen müssen, dass da noch 10 stehen bleiben. Aber ich bin nicht gut in diesen Spielen. Ich hör's aber gern mal, was der tolle Preis ist, der da einen verspricht. So, äh, gucken wir mal nach unten. Boss. Wir haben das Geld, was wir brauchen zusammen. Alles in allem, würde ich sagen, sind wir bereit für den Boss. Wir probieren ihn einmal. Wie wir. Komm. Okay, die alte Saus. Ach. Hallo. Hallo. Ah, okay. Wir haben doch noch Probleme mit ihm. Aber wir haben ihn halb tot bekommen, wenn ich das richtig gesehen hab. Mini war Warenkönig. Erzmagier mit der Sense oder mit dem Chakram. Nahsichtig. Stereo blind. Aber der bekommt Mana, aber ich mag diese Sense. So. Scheißegal. Erstmal. Mana Vampir. So. Jetzt fehlen wir uns, glaube ich, hier. Ja. Ist die einzige Stelle, wo uns noch eine Rune fehlt, aber können wir uns ja irgendwann auch mal holen. Äh, Magic Damage ab. Attacked ab. Quit Damage ab. Mana ab. Ich gebe mal den Magic Damage ab. Gut. So, dann sehen wir uns mit dieser Kombination in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Adios. Tschüssi und auf Wiedersehen.